Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge die Pfalz 12 unterwegs. Heute sind wir in Guntdorf. Das ist irgendwo in Luxemburg. Was weiß ich, ich weiß gar nicht wo ich da gelandet bin. Und wir machen jetzt eine coole Felsentour. Wenn ihr Lust habt, geht ihr gleich mit. Wenn alles gut geht, erwartet uns ein Abenteuer. Mit Felsvorsprünge, mit Felsspalte, wo man neu klettern muss. Schauen wir mal, wenn alles gut geht. Weil heute sind wir in einem komplett fremden Gebiet. Also hier wissen wir gar nicht wo es lang geht. Wie gesagt, heute müssen wir ein bisschen mehr aufpassen. Da ist noch eine Freundin dabei von unserer Waldfee. Also von daher noch ein bisschen weniger Risiko euch gehen. Schauen wir mal. Wetter ist ja mit Sicherheit interessant. Jetzt lachen wir erstmal den Weg rein, bis wir auf einer richtigen Pfad sind. Und dann geht es weiter. Endlich angekommen im Wald. Auf dem offiziellen Weg. Und gleich zeig es euch mal. Total versteckelt hinten drin. Ich probiere es mal da. Da ist es besser. Guckt euch das mal an. Und die Susi-Auto hat schon wieder Instagram. Warte mal. Ah nein, hier wurde es weggepackt. Oder? Ja, fertig. Und wie ist der Weg? Ja klar, geht abwärts, gell? Ne, gut abwärts. Weiter geht es im Takt. Die zwei Kittys spiegeln noch ein bisschen am Wasser. Ja, wir laufen mal weiter. Ist das geil. Fängt ja schon mal gut an. Ganz minimal über den Ackerweg laufen müssen. Und schon sind wir drin. Zwar noch am Rand, wie man da oben sieht. Aber schon mal geil. Vermutlich müssen wir da runter. Lass mich rote, wir müssen da runter. Kaum sind wir mal eine Zeit im Wald schon. Bisschen. Aber lass mich da mal angucken. Also, trotz Nadelwald. Das nenne ich mal eine gesunde Natur. Wahnsinn. Gerade so einen schmalen Weg freigemacht für die Wanderer. Relativ gesunde Bäume. Aber geiler Mat. Und genau so geht es gerade weiter. Meine Frau sagt gerade, das ist mir gerade aufgefallen. Das sind ja alles Himbeere. Alles. Komplett. Komplett. Ja, ne. Ist klar. Ja, genau. Das übliche Emo Stolpern. Oh, habt ihr den Zug gehört eben? Kommt aber auch schon wieder Instagram her. Mein Lieber schon. Wie man sieht, schwitzt schon wieder gut. Aber kaum sind wir richtig da, geht es schon los mit den Felsen. Wunderbar. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Oh ja. Oh ja. Ist weit besser. Wahnsinn. Guckt euch das auch. Ab in die Tiefe würde ich sagen. Wahnsinn. 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 Sag mal was. Hallo. Wink mal. Okay. Das nächste Mal lernen wir Fahrrad fahren. Ist das geil. schon der erste Lagerplatz gefunden. Wahnsinn. Wahnsinn. So geil. Und so geil geht es halt direkt weiter. Eieiei. Nochmal. Absolut. Absolut. Also. Da ist die Brick von vorhin. Da ist die Brick von vorhin. So kann ich weiter gehen. Jetzt mal an die Treppe jetzt von runter. Der Fels. Mit dem Dach. Cooler Mat. Und. Nicht schlecht. Sprach, das spricht. Oh. Was ist denn das? Kenn ich dich? Geht nicht. Ah. Gott. Guck da ist mir die Möglichkeit da auch. Ja mein Junge. Da willst du gar nicht mehr heben. Ich zieh euch. Wahnsinn. Ah. Da ist sie schon wieder. Die Frau Instagram. Im Dach. Ja. Da oben. Wenn man dort durch läuft und der rutscht ab. Ob man es geschafft. Kann man sein Geld holen. Wahnsinn. Ist das geil. Hä? Zu viel versprochen? Und. Sag. Sag. Wer hat der Geil die Tour rausgesucht? Wer? Ja. Aber ich hab schon oft gesagt, wenn wir sie so hören. Wie das wirkt. Oh. Wie geil. Wahnsinn. Und es geht gerade so weiter. Gebt euch das einmal. Ach du lieber Gott. Ha. Sieht das wohl geil aus. Ha. Sieht das wohl geil aus. Ich weiß nicht wo ich hier bin. Zauberwald. Der Märchenwald. dass man das nicht so aufnehmen kann, wie es wirklich ist. Wahnsinn. Dahinten geht gleich das nächste Highlight los. Ich glaube, heute kriege ich ein Problem mit einer Filmlänge. Oh, falsch gelaufen. Kein Spätwahrheit. Kurz in der Woche Woche von einer Menschenmenge. Ja, zu dem Thema Höhle. Kein Spätwahrheit. Okay, da geht es nicht weiter. Schade. So, jetzt haben wir einen letzten Rückblick. Wenn ich es draufkriege, wird... Wahnsinn. Und dann geht gerade weiter. Wo müssen wir hin? Links? So lang. Es ist überall fest. Licht ist frei von festen. Es ist krass. Es ist auch komplett fest. Ja. Absolut, Armer. Mir fehlen echt die Worte und deshalb was zu sagen. Du weißt nicht, wo du hingucken sollst. Gib euch das mal. Das ist der Grand Canyon. Ich glaube, wir haben uns verfahren. Wahnsinn. Und das geht durchweg. Oder so. Ich glaube, wir sind im Märchenwald. Heute wird es spät. Mein Lieberherrgesangverein. Ich bin wieder so mit. Moment. Da sitzen wir jetzt auf der Pelle. Weiter weg. Oh, ist besser. Gebt euch das da hin. Ich weiß gar nicht, wie ich filmen soll. Wahnsinn. Wahnsinn. Mal einen Rückblick. Ups, Entschuldigung. Überall bewachsen. Grün. Echt krass. Lauter Gucke, Gucke. Hätt mich fast schon wieder da gebeitelt. Zerrissen. Wahnsinn. Ich kann euch echt die Tour wärmstens empfehlen. Wir sind zwar jetzt einiges an Kilometern gefahren. Aber das hat sich jetzt schon bezahlt gemacht. Also da komme ich definitiv nochmal her. Und mache vielleicht irgendwo ein Lager. Ich muss bloß mal gucken. Ups, Entschuldigung. Kein Essen tun weh. Wie das aussieht. Mit der Regle hier in Luxburg. Leitz. Hammer. Guckt euch das mal an. Schade, das Flussbeet ist trocken. Schön wär's wahrscheinlich noch mystischer. Und noch, was weiß ich. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Noch geiler einfach. So, weiter geht's. Über die Brücke. Guckt euch das. Zugumwachsene. Wildnisparadies auch hier. Meine Fresse. Wenn du jetzt noch Wasser laufen würdest. Mensch wär das geil. Gott. Obwohl es doch so geregnet hat. Schade, echt schade. Wenn du jetzt noch die Bach laufen würdest. Mein Lieber, Entschuldigung. Warum sie nicht laufen? Keine Ahnung. Wie man sieht. Da ist schon oft Feier gemacht worden. Und warum muss man das so verkritzeln? Meine Fresse, ehrlich. Ja, aber schwarz alles. Nichtsdestotrotz machen wir hier mal eine kleine Pause. So sieht man es fast noch besser. Weil Schweinebriester im Wald sind. Unglaublich. Ich kann mich gerade schon wieder aufklicken. So, kleine Pause schon wieder rum. War ja nur eine kleine. Und? Da hinten. Der billige Platz. Krass. Bis jetzt. Gut. Sehr gut. Der Wahnsinn. Wie man sieht im Hintergrund. Das hört absolut nicht auf mit den Felsen. Doch, jetzt wird es, glaube ich. Am Ende hin geht es schon wieder weiter. Wahnsinn. Also, wenn ihr den Grand Canyon in Luxemburg sehen wollt. Dann sagen ihr kurz Bescheid. Ich zeig euch die Tour. Wahnsinn. Ich bin total begeistert. So, jetzt haben wir mal eigentlich einen Pauseplatz gefunden auf der komischen Tour. Meine Fresse. Und das Dumme an der Tour ist, dass es am Waldrand entlang geht. Das ist jetzt. Da war jetzt die Landstraße immer wieder im Ohr. Und jetzt sitzen wir in so einem Kinderspielplatz-Freizeitpark. Oder was das heißt. Oder was weiß ich. Paradies für kleine Kinder. Ja, für Lena und Freundinnen. Ja, da ist auch eine große Rutschbahn. Und da ist auch eine gewisse Wirtschaft. Da ist auch eine Bank mit Tisch. Können wir jetzt mal eine Kleinigkeit essen. Und dann geht es weiter. Dann kommen wir noch ein paar Highlights. Also, Aare zu und durch. So. Kleine Pause vorbei. Und dem Campingplatz wollen wir mal gar nicht retten, der da ist. Wenn wir auch mal einen Angriff nehmen. Hehehe. Aber. Gleich geht es wieder los. Du zeigst es auch. Und dann geht es wieder los. Achtung, da geht es leicht steil hoch, da geht es die Treppe hoch und hoch und hoch und hoch und hoch. Dreimal die Efterode, genau. Die Treppe. Meine Fresse war das immer. Ja ne, ist klar. Ok, die Treppe sind geschafft, aber guck mal hinter mir schon wieder. Hattest du schon wieder rentiert? Ja. Da merkt man halt das Gewicht. Jetzt haben wir zwei Kinder dabei. Und ein Hund? Ja, nein. Und immer noch kein Wasserfilter. Ich glaube, es wird Zeit. Jetzt entwickelt sich die Tour zu nicht so gut. Voller Bulle an der Landstraße. Aber trotzdem. Schönen Bach laufen. Aber jetzt wird es echt ein bisschen blöd. Am Wasserfall angekommen. Wasserfall, schön schön. Aber ist klar, da wohnen die Elfer. Jawohl, optisch zwar schön, aber mit der recht groß im Hintergrund. Oh, da laufen sogar schon zwei Elfer. Schnell weg. Das war die Minergrund, wie man sieht. Das gehört auch dazu. So, ich denke, wir müssen eh da rüber. Schauen wir mal an. Wie man hört, es geht wieder brutale Berg hoch. Die Kiddies, die laufen da nur für wann ich so her. Okay. Wir gehen jetzt so zur Eulenburg, Fels oder so. Und Abdomen ist dann leichter. Nach der Steigung kommt wieder was Geiles. Ich zeig's euch. Herrlich. Mega. Okay, der dicke Papa ist durchgekommen. Jetzt gucken wir mal, ob die dicke Mama durchpasst. Ah, Luca. Du gehst nicht so fit wie mein Mann, oder? Du gehst nicht so fit wie mein Mann, oder? Du gehst jetzt mal an, oder? Wie geil. Haha. Nee, ist klar. Ja. So, jetzt geht's da weiter. Nur mal noch hin. Durch den Spalt sind wir kommen. Schweine dunkel. Durch den Spalt wissen wir jetzt. Ist das geil, oder? Ist das geil, oder? Haha. Mega geil. Ich mach mal ein bisschen Licht. Haha. Ja, nee. Ist klar. Guck euch das an. Guck euch das an. Was für massive Teile hier. Ehrlich. Wahnsinn. Wollt ihr uns hinschicken? Wollt ihr uns hinschicken? Das gibt's nicht. Oh, Alter. Achtung, jetzt wackelt's ein bisschen. Wollt ihr uns hinschicken? Wollt ihr uns hinschicken? Wer glaubt, das sind normale Treppen. Sonst nicht. Und hier oben haben wir eine schöne Brücke. Das ist schlecht, oder? Der Highlight ist auch noch ein Wahnsinn. Meine Fresse, ist das geil. Einfach nur geil. Weiter zum nächsten Highlight. Mein lieber Scholli ist in der Ebersteigung noch. Da kommen. Ich darf eine ganze Tour vielleicht. Zweimal eine Bank. Zum hinsetzen. Das ist unglaublich. Aber... Schau dir mal. Rentiere tut sich auf jeden Fall. Ah ja. Das ist jetzt der Felsspalt. Das könnte jetzt interessant werden. Also... Taschenlampe raus. Licht bereit machen. Jetzt geht's los. Nach 12 Kilometern. Oder 15 Kilometern. Wie viele sind wir gelaufen? Hallo? Boah. Ich weiß es noch gar nicht. So. Los geht's. Tragst du mich so Sachen? Boah. Ob ich da mal durchkomme? Alter, 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 Alter. Ja, ne. Ist klar. Ich habe ja nur einen riesen Rucksack auf. Ach, Gott, wie geil. Game over. So, und jetzt filmst? Ja, ich filme. Ja, sag mal, wer die neue Kamerafrau ist. Lena. Und warum? Weil der Papa mit dem Rucksack doch nicht durchkommt. Weil der zu dick ist. Weil der Rucksack so dick ist, du Eierkopf. Mist, da geht's gar nicht weiter, ne? Doch, da ist ein Ausweg. Ist ein Ausgang? Ja. Okay. So, weiter geht's. Jetzt komme ich wieder mit dem Rucksack durch. Jetzt muss ich bloß mal Handwechsel machen. Moment. Sorry, gleich geht's weiter. So. Ist das geil. Ist egal, wo lange wir gehen in beide Richtungen. Ich will das ja alles sehen. Ja. Ja. Da sehe ich nur den Baum. Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob wir da hoch sind. Doch, guck mal. Ich habe auch kein Platz da. Aber wir müssen. Da müssen wir nicht, wahrscheinlich. Hinter uns. Ja. Also, weiter geht's. Ein bisschen nicht genug. Aber ich vermute, da oben ist noch mal irgendwas Besonderes. Ja. Gehen wir natürlich dann auf. Vorsicht, glatt. Ja. Aber ich habe schon gewehrt. Bleibst du unten, oder was? Auch mal. Da guckt. Zu spät. Ich frage Instagram wieder. Hä? Ja, kleiner Wurzelsepp. Mama. Mama hat einen Spitzname. Frau Instagram. Ja. Licht wieder aus. Weiter geht's. So. So geht's weiter. So geht's weiter. So geht's weiter. Und du ohne sie magum. Au lecku mio. Geil. Geil. Ist das geil. So. Und jetzt sind wir auf dem Plateau. Krass. Schneide ich raus. Steil? Ja. Kannst du mal nur nachgehen und mal ruf bitte? Ja. Na ja. Da kann ich mal Wasser umfüllen. Geil. Ja ne. Huhu. Da ist der Bomben. Wohin? Klasse, die Aussicht, trotz dass die Landstraße da unten ist, wird nicht anders, eine Felsenformation noch, Wahnsinn, wenn es jetzt noch regnen würde, würde es immer richtig geil aussehen, wenn es da drunter tropft, geil, Licht, okay, wir haben jetzt schon spät, jetzt kommen langsam die Schnurke raus, oder Mücke, oh, da vorne sitzen noch ein paar, machen Lagerfeier, Wahnsinn, jetzt setze ich mich jetzt gerade zu, geil. So, jetzt sind wir fast am Ende auch gekommen, aber bevor es dunkel wird, mache ich mal einen Abschied, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, ich weiß, die Tour war ein bisschen holprig, ich habe halt nicht so viele Filme kennen, wie ich gewollt habe, waren ein paar Leute am Wasserfall, war blöd, dann haben wir noch einen Besucher dabei, da habe ich auch ein bisschen aufpassen müssen, ja, ist halt so, man kann nicht immer alles haben, was man will, aber wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, lasst mal einen Daumen hoch, freut mich riesig, und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, wäre es natürlich mega geil, wenn ihr mich abonnieren wollt, wir haben es noch bitter nötig, und die Glocke aktivieren, dann kriegen auch alle Videos mit, habt ihr ja schon gemerkt, sie werden ja jetzt ein bisschen interessanter, in diesem Sinne, nein, machen wir es mal so rum, tschüss, bis zum nächsten Mal, und das hier könnt ihr jetzt auch nicht sagen, ah, ne, es passt, guck mal, hopp, tschüssi Küssli, tschüssi Küssli, oh, das ist aber immer lieb, gell, tschüssi Küssli, jo, in diesem Sinne, hier, macht's gut, und schaltet wieder euch, wenn es heißt, die Pfalz-12 Uhr unterwegs, bis zum nächsten Mal, tschau, macht's gut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017